Klinischer Versuch mit Charge Nr. 44, Dr. Souchong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name, Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Souchong. Sehr schön, okay. Ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nr. 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil Sie dazu neigen die Probanden... Fester, sie ihn fest! Klinischer Versuch! Klinischer Versuch!